ich bin gespannt ich bin gespannt ob das ob das funktioniert ich bin sehr gespannt und dann fehlt nur noch ein gast ja erstmal schlafen so das sind schon acht stunden also die er verpennt 3 uhr nachts können halt gar nichts mehr machen komm ich lese jetzt noch den irgendeinen shit ich habe ich habe noch nichts mehr zu lesen außer das eine bricht das letzte buch was ich noch habe so und gucken uns noch mal an ich glaube wir haben echt alles gelesen was wir gerade so im repertoire haben auf jeden fall okay dann kann ich noch was pennen wahrscheinlich nur eine stunde oder so ne ja dann was machen wir jetzt dann probiere ich das noch mal mit mit der mit der uhr war ziemlich gut dass wir dass wir die gekriegt haben ja das ganze noch mal das muss ich zwölf stunden lang machen mann 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 jetzt ist es sechs uhr morgens was ist wenn ich jetzt pennen gehe ich probiere es mal ich probiere es mal jetzt noch mal schlafen zu gehen diese stunden kriege ich damit gut nicht so furchtbar viele ach das ist total doof was hat er gesagt naja egal stoppen noch weiter benutzen so egal bin ich halt um fünf uhr müde das ist mir total egal ok ziehen wir jetzt noch durch dann sollte ich ein bisschen auf die gesundheitsanzeige achten was haben wir hier noch am start ein energy drink könnte nicht schaden glaube ich glaube ich moment und paar rote kräuter auch nicht まあ die kreuter noch nicht warte noch nicht war die stopp uhr jate geht 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 Hm, ich frage mich, ob man von Catherine auch etwas hätte abgreifen können, als sie da auf dem Boden lag. So, jetzt muss ich aufpassen. Stopp, 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 stopp. Rote Kräuter, wir haben jetzt 4 Uhr. So, ab jetzt bin ich vorsichtig. Und halte schon mal so ein bisschen, passe ich auf Gregory auf, der da, ah ja, der ist da direkt bei uns. Hm, was meint er, wie lange kann man den Aufhalt mit dem Buch? Soll ich mir das jetzt schon geben oder ein Stündchen noch warten? Ah, guck mal, der hat jetzt gerade mit Hells Chef. Gibt's hier was zum Belauschen? Catherine. Ach, die geht auf Patrouille. Ich muss wieder in mein Zimmer. Das ist schlecht. So, die kommt schnurstracks auf uns zu. Was macht denn Chef da? Ah, ja, ja. Ah, ja. So, Armour... Moment. Ah. Ich hab ne Idee. Dazu muss aber Catherine weg. Also im Moment können wir mit Gregory auch gar nicht reden. Aber wir können den mit Sicherheit abfangen irgendwie. Da muss ich natürlich schon aufpassen. Ah, Catherine ist auf ihr Zimmer gegangen. Das ist sehr gut. Dann mache ich jetzt einmal die große Runde. Und warte. Also irgendwie muss er ja in die Lounge reingehen. Und auf dem Weg werde ich ihn abfangen. Das ist wahrscheinlich ein total extrem kurzes Zeitfenster. Und Catherine ist aus dem Zimmer rausgegangen. Kommt aber nicht mir hinterher. Das ist gut. Und verdammt, ich hätte ganz gerne einen Hochgeschwindigkeitstrank jetzt. Das wäre ganz gut. Gregory ist schon ziemlich... Radikal ist schon ziemlich langsam. Das muss man ja mal so sagen. Hm. Okay. Ja. Dann warte ich jetzt hier einfach mal. Ich muss jetzt hier warten. Und auffassen, dass hier keiner rauskommt. Soll ich mich so lange hier in einem Zimmer vielleicht verstecken? Nee, ich warte hier. Wer war das? Ich geh doch, ich geh doch hier rein. Ich geh doch hier rein. Das war doch jetzt der Hund, der da rausgekommen ist, oder? Ja. Ja. Sogar alle beide. Und der kleine... Hm. Wenn sie aufhören, würden sie sich zu streiten. Gregory und Angel Dog, ne? Ja. Gregory ist noch da unten. Okay. Okay. So. Und Angel Dog guckt gerade noch fröhlich Fernsehen. Moment. Die tippeln ja... Genau. Die tippeln von mir weg. Und kann man mal zugucken. Angel Dog muss ja gerade ziemlich glücklich sein. Ich warte jetzt bereits seit zwei Stunden. Okay. Ist noch kein Fußball. Moment, Moment. Irgendwie. Ich höre Schritte. Ich höre Schritte. Das ist Catherine. Scheiße. Huh. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Oh Gott. Da ist noch eine Tür aufgegangen. Ich glaube, es ist Gregory, der rausge... Nee. Es war nicht Gregory. Wir müssen auf Catherine warten, dass Catherine vorbeikommt. Wo geht denn die hin? Die geht jetzt, äh... Äh, bestimmt hier in ihr Behandlungszimmer, ne? Huh? Huh? Ist das Fußballspiel? Catherine guckt auch. Ob Angel Dog schon da ist? Ja, sie ist schon da. So viel kann ich ja sagen. Aber sie zeigen gerade eine Handwerkersendung, ja. Das will ich mir nicht anschauen. Ich bin so ein Hohlkopf. Ja. Das glaube ich dir wohl. So. Dann machen wir die Tür wieder auf. Boah, ey. Na. Wieder eine Tür. Ach, das war Catherine. Ja. Spannend, spannend, ey. Boah. Huh. Ist hier mal mittlerweile ein Buch drin? Nö. Wunderschönes Glasfenster. Leuchtend herrlich. Ja, das ist... Das ist... Das ist ja bestens. Ah, komm schon Gregory. Komm schon. Ich weiß, dass du... Dass du jetzt gleich putzen willst. Und zwar in 20 Minuten. Ich weiß es. Ich weiß es. Wer tippelt hier... Wer tippelt hier... Nein, es ist dieser komische Köter da oben. Kommt er auf mich zu? Ich glaube, er kommt auf mich zu. Oder? Geh jetzt von mir weg. Hab hier das völlige Paras. Nein, er kommt auf mich zu. Scheiße. Nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Und hoffentlich kommt nicht... Hoffentlich kommt nicht der Clockmaster oder so. Ist natürlich auch extrem beschissen. So, geh auf dein Zimmer. Geh einfach auf dein Zimmer. Nein, der Eier hat jetzt hier den Gang lang. Zehn Minuten geht's los. Okay, ich glaube, ich kann raus. Ja, okay. War mir jetzt egal, was er gesagt hat. Äh, nein. Nein, nein, nein. Der kommt zurück, der kommt zurück, der kommt zurück. Wie, wie, wie mies das doch ist. Wie mies, mies, mies. Nein! Ich muss Gregory abfangen. Wo ist Gregory eigentlich? Ist der immer noch da? Gregory ist auf jeden Fall jetzt alleine. Ich kann und sollte zu ihm. So, jetzt ist, jetzt ist meine Stunde. So, da ist jemand. Und hier kommt Gregory. Hi Gregory. Na, guck mal, was ich für dich habe. Ah, wie schön, dich zu sehen. Oh, was kann ich für dich tun, hä? Ja, da guckst du, ne? Guck mal, was ich für dich habe hier. Wo bin ich hier für deine, vor deiner schmutzigen Nase rum? Buchtel. Ja, das, das hättest du, wüsstest du ja gerne. Ja, ich weiß, wo du, Lümmel, immer, äh, hingehst, um, um, um zu lesen, hä. Ja, mach das ruhig. Äh, ja, hier, bitte. Komm, Junge, dann geh dir mal ein Zelt aufbauen im, im Storage Room und lass einfach mal, äh, Angelok in Ruhe. So, der geht doch jetzt. Was? Doch, das... Ja, da freut er sich. Ja, und jetzt? Äh, und nun? Äh, wer ist das? Achso, das war... Mann, ich erschrecke mich da mal. Das ist jetzt, äh, Gregory, der da reingegangen ist. So, und jetzt, äh, und jetzt, 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 äh. Jetzt guck zu Fußball. Er scheint nicht zu kommen. Nö. Kommt der heute wirklich nicht? Soll ich da jetzt reingehen? Kommt der heute wirklich nicht? Ah, guck mal. Soll ich das reinschleichen? Ha, geil. Boah. Geh ich aber ganz leise rein. Und klau mir eine Seele. Yeah. Geile Scheiße. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall ganz vorsichtig sein. Äh, nix wie raus hier erst mal. Und gucken, welche Wege wir überhaupt gehen können. Weil ich muss sie natürlich ganz schnell wegbringen. Ah, der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Wie gut das ist. Wie gut das ist. Ich freu mich. Das ging echt schnell jetzt gerade mit der Seele. Das war ziemlich spannend, muss ich sagen. Das hat jetzt wieder Spaß gemacht. Meine Laune ist wieder ein bisschen, äh, bisschen besser geworden nach der, nach dem, äh, Fiasko mit, äh, mit dem Clock Master. Haha. Nein, ich will keine Bananenschein einlegen. Ich wollte die Tür aufmachen. Haha. Yeah. Wir haben die nächste Seele weggebracht. Beziehungsweise sind dabei. Wie geil das ist. Wie geil das ist. Wir sind müde, müssen, müssen eh schlafen. Ja, bitte. Einmal pennen. Ich bin mal gespannt, was passiert. Kommt eine neue Cutscene? Oder, oder wie, oder was, oder wo, oder warum? Weil es fehlt ja noch ein Gast. Ja, das kann ich mit Stolz berichten. So, du hast mir nur eine Brücke gebracht. Mhm. Kann ich es nehmen? Ja. Ja, bitte. Hey, hey, danke sehr. Hier, ich schnappe deine Karte für dich. Zack. Hey, du kaltest nicht so gut. Hier, das wird dich richtig abholen. Na, danke schön. Ja, das ist gut. Ha, Angel und Devil Dog. Devil Dog haben wir noch gar nicht gesehen, aber vermutlich ist das die, die, ja, Horrorshow von Angel Dog wahrscheinlich, ne? Judgement. Ich weiß nicht. Judgement, Sir. Okay. Okay. Hm. So, uns geht's besser. Wir sind voller Hoffnung erfrischt und wir haben den dritten Gast kennengelernt. Den letzten. Also den dritten Gast der vierten Nacht. Den letzten. Und das ist Golden Judgement Boy. Wo hält er sich auf? Ah, Untergeschoss 3. Aha. Hm. Boah, da weiß ich jetzt mal gar nichts, was ich da machen soll. Uh, da weiß ich gar nichts. Tja. Da müssen wir ja erstmal Infos sammeln. Wir müssen erstmal hier lauschen bei den ganzen Leuten, aber ich speichere auf jeden Fall vorher nochmal ab und hier gucke ich auch nochmal kurz rein. Hm, hier sind die zwei wieder. Ich kann's nicht glauben. Ich kann's nicht glauben, dass der Kerl hier ist. Du etwa? Das bedeutet, es ist Zeit für das endgültige Urteil. Ich frage mich, ob radikal diese Verhandlung überleben wird. Äh, äh, was bitte? Was geht sich das an? Krass, das ultimative Urteil. So, so, so. Und du, Catherine, was sagst du? Redest du im Schlaf? Moment. Ah, der Weg ist noch frei. Goldermann. Untenherum? Du Sau. Gerade jetzt wandert der, der goldene Mann unten herum. Okay, vielleicht sollten wir uns das merken, dass der goldene Mann um halb drei unten ist. Ist das wichtig? Möglicherweise. Hm, so, auf jeden Fall abspeichern. Ja. Say. Bitte abspeichern. Joa. Nehmen wir den hier. Juhu. Boah, innerhalb von 20 Minuten haben wir die eine, das ist jetzt nur eine Folge gewesen. Mit, mit der, mit, mit der letzten Dingenskirchen hier, mit der letzten Seele. Hm. Tja, vielleicht sollte ich an dieser Stelle auch einfach mal einen Schnitt machen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt dafür. Dann mach ich das doch einfach mal. Ähm, ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir uns die letzte Seele holen von Judgment Boy in, in der goldenen Version. Und, äh, ja. Seid doch einfach dabei beim nächsten Mal. Ich bin's auf jeden Fall. Und, ja. Dann würde ich sagen, vielleicht sieht man es ja. Also, bis dann. Ciao, Leute. Ciao, Leute.